So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Ein kleines Ausbeute-Video, ein Zusatzvideo zu dem Stream, den ich 14 bis 15 Uhr gemacht habe. Ihr seht schon, ich bin kaputt, ich schwitze, es ist total warm. Hier zeigt es an 25 Grad, ich bin gerade eine Stunde lang bergauf, bergab, bergauf, bergab, durch den Wald, durch Gassen, durch Katakomben, ich bin überall rumgestiefelt. Wer den Stream verfolgt hat, weiß das, wer nicht, der kann ja nachträglich auf YouTube sich die eine Stunde mal angucken. War ungewohnt, war komisch, war trotzdem irgendwie interessant, einfach mal irgendein paar Ecken zu sehen, die man gar nicht kennt, wenn man hier alleine rumspaziert. Ich habe die Forschung noch nicht ganz zu Ende gemacht, das möchte ich jetzt hier machen, live. Das heißt, ich bin auf Seite 3 von 4, muss jetzt hier noch was abholen. Hier ist sogar noch ein Shiny drin, das habe ich mir bisher noch nicht angeguckt. 437, noch ein Shiny Fynx. Dann kommt am Ende ja noch ein Phenexis raus. Wir müssen die Bewertungen noch machen. Wir müssen gucken, wie viele Shinies habe ich überhaupt bekommen während des Streams. Das bewerten wir jetzt erstmal direkt. Das ist ein 96er Shiny aus der Forschung hier. Das sieht auf jeden Fall brutal aus. Entwickel ein Routena, da kommen wir jetzt zum nächsten Ding. Wie viele Shinies habe ich von Fynx heute überhaupt bekommen? Ich will erstmal kurz hier drauf drücken. Das ist jetzt bestimmt alles durcheinander. Ich drücke hier drauf und wir sehen 11 Stück. In einer Stunde 11 Shinies, finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Die sind alle von jetzt. Ihr konntet also 10 Stück im Stream live verfolgen. Das 11. jetzt eben aus der Forschung. Welches ist das Beste? Wir bewerten die mal kurz durch. 1 Stern, 0 Sterne, 3 Sterne. Hier auch schon. 0 Sterne, 1 Stern, 0 Sterne, 0 Sterne. 1 Stern, 1 Stern, 3 Sterne. 3 Sterne, das letzte. Ich mache es aber meistens so, dass ich das WP stärkste und heftigste nehme und einmal komplett durchentwickele. Das heißt, ich werde dieses Fynx erstmal durchentwickeln, damit ihr seht, wie die einzelnen Stationen aussehen. Das mache ich sonst auch immer im Stream. Habe ich diesmal nicht im Stream gemacht, damit ich das hier noch habe und hier zeigen kann. Das müsste Routena sein, auch hier mit einem Lockenstab, mit einem brennenden Entwickeln nochmal durch und haben jetzt Entwickel ein Routena auch fertig als Aufgabe. Da seht ihr gleich die einzelnen Stufen der shiny Entwicklung und ich weiß nicht, was ich mit dem 96er mache, ob ich das so lasse. Ich glaube, ich lasse es erstmal so, weil mit Fynxys macht man glaube ich trotzdem nichts, nicht irgendwie was Bestimmtes. Jetzt haben wir hier 2302 als Fynxys. Das Zweithöchste machen wir zu Routena. Dann habe ich einmal die ganze Familie voll, weil ich immer versuche, drei Stück zu kriegen für die Familie. Das reicht mir dann. Habe jetzt 11, das heißt, ich werde sowieso sechs Stück wegschmeißen. Ne, warte mal, wenn ich drei kleine aufhebe. Drei, doch, drei, vier, fünf, fünf. Fünf hebe ich auf, nehme ich einmal die Familie plus zwei zusätzliche. Fünf werde ich also wieder wegschmeißen. Die lassen wir jetzt erstmal so drin, holen jetzt hier die Aufgabe noch ab, wo wir dann am Ende noch einen, noch einen Fynxys kriegen. Ein Routena, sogar ein riesiges. Komm, der kriegt jetzt hier den Hyperball. Das sieht doch wirklich fett aus. Ja, Routena ist doch erstmal drin. Routena, du kriegst ja mit der 1 Euro Spezialforschung alle einzelnen Stufen. Das müssen wir jetzt auch bewerten. Vielleicht ist das jetzt noch ein richtig gutes. In XXL, 1,71 Meter. Bewertet, drei Sterne, ist okay. Reicht mir aber nicht. Und letzte Seite, jetzt müssten wir ein fertig entwickeltes Phenexis in den Fangbildschirm gleich kriegen zum Fangen. Haben hier nochmal einen Fynx. Können immer noch ein Hunderter sein. Ich weiß nicht, ob ein Hunderter dabei war beim Fangen. Das checken wir gleich ab. Ja, generell gucken wir auch gleich, wie viele Fynx ich heute überhaupt gefangen habe in der 1 Stunde. Dass es 11 Shinies waren, habt ihr ja gerade schon gesehen. Und ja, dass ich total keuch und außer Atem bin, das hat man ja gehört. 98er sogar, 96er Shiny und noch ein 98er jetzt aus der Forschung. Und jetzt bin ich gespannt auf das Phenexis, was ganz am Ende rauskommt. Drei Sonderbonbons, 5500 hier. Phenexis am Start, das holen wir uns jetzt mal mit. Silbernen Sanana-Beeren. Damit wir das meiste an den Bonbons auch rausholen. 444 aufgenommen. Ja, das passt. Ich weiß gar nicht, was ich sonst im Ausbeute-Video immer gemacht habe. Weil ich sonst nie den Rest abgeholt habe. 48 Bonbons gibt es. Und es ist schlecht. Zwei Sterne, 1270. Ja, dann war das jetzt nicht so krass. Trotzdem, hier ist alles abgeholt, hier ist alles abgeholt. Hier gehen wir jetzt mal rein. Und jetzt möchte ich mal für Nexis, äh, Phynx eingeben, meine ich. Phynx und Alter 0. Und hier steht jetzt 197. Also in der einen Stunde habe ich, glaube ich, 197 Phynx gefangen. So für euch zum Mitschreiben. Vor allem nach WP sortiert. Die Kleinsten sind mit 12 WP. Die Größten sind, ja, habt ihr ja gesehen. 197 Phynx heute gefangen. 11 Shinies bekommen. Ein 8er 90er. Jetzt will ich hier trotzdem nochmal reingucken, wenn ich auf 4 Sterne drücke, ob da doch durch Zufall noch irgendwas reingeflogen ist. Nein, ein 100er Phynx ist nicht dabei. Das Beste ist also 98er. Wir können hier die nochmal ganz kurz durchdrücken. Einfach nur hier einen Shiny Check machen, ob da noch eins dabei ist. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, aber auch gemacht. So, nach drei Stück. Das war, glaube ich, wieder dasselbe. Bruder, nimm doch mal den hier. Koselinchen am Start. Grüße ans Koselinchen. Kein Shiny, kein Shiny und auch kein Shiny. Aber 800 WP. Das war der Phynx Seeday. Ich wusste auch überhaupt gar nicht, wie ich spielen soll. Hat er extra eine Umfrage nochmal gestartet. Ob ich eine Stunde lang alleine draußen rumrennen soll. Was für mich vielleicht ein bisschen langweilig ist, weil ich mit Pupsi immer Challenge mache. Wer kriegt das erste Shiny? Wer fängt das letzte Shiny um drei herum? Wer hat die meisten Shinies gefangen und so? War heute nicht möglich. Drei Stunden hier zu Hause sitzen. Hätte ich wahrscheinlich nicht so eine tolle Ausbeute gehabt. Also so viele gefangen und so viele Shinies. Und gar nichts machen. Und nur das Ausbeute-Video. Weiß ich nicht. Da fehlt halt irgendwie was. Man braucht trotzdem ein bisschen den Live-Aspekt. Jetzt habe ich ja alles mitgenommen. Kann aber trotzdem, was ich noch machen will. Wenn ich vier Sterne, nicht von heute eingebe, sondern vier Sterne und Fünks, habe ich ja trotzdem noch eins. Und werde hier dieses eine, höchste, nochmal durchentwickeln. Das ist nicht von heute. Das ist ein älteres. Das habe ich aber noch aufgehoben. Falls mal ein Seeday kommt, dass man das durchentwickelt für die Seeday-Attacken. Und das mache ich jetzt noch zum Abschluss. Ansonsten bin ich dann fertig. Eine Stunde lang durch Meiningen gecruised mit meinen Füßchen. Überall lang gelaufen. Habe mich verlaufen. Bin zu den Garagen gekommen. Bin den Abhang runtergeschlittert. Durch den Wald. Habe die Hauptstraße gesucht. Dann wieder zurück. Ein ewiges Hin und Her. Und dann war es schon um drei. Und ich habe gedacht, ach, der Stream endet jetzt erst, wenn das nächste Shiny kommt. Dann ist noch eins gekommen. Hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Hat jetzt hier Feuerwirbel und Lohe Kanonade. Und haben die nicht gesagt, dass es noch eine neue Attacke auch ab heute erlernen kann. Deswegen gehe ich jetzt mal hier drauf. Und schau mal. Irgendwie Magieflamme oder sowas. Wenn ich Feuersturm wegmache. Habe ich jetzt Flammenwurf. Oder ist das noch nicht drin? Ist das schon im Pool oder ist das nicht im Pool? Nitroladung. Vielleicht ist Magieflamme auch ein Quick Move. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal kurz. Keine Sorge. Wir geben nichts aus. Wenn ich jetzt hier gucke. Kann er Kratzer, 10 Kopfstoß und Feuerwirbel. Kann es also nicht sein. Wenn ich jetzt hier gucke. Bei den Top-Ladetms. Was soll vergessen werden? Nitroladung. Magieflamme steht dabei. Er kann Psychokinese, Flammenwurf, Feuersturm, Magieflamme. Dann machen wir das jetzt zu. Einem exklusiven C-Day für Nexus. Und müssen versuchen ihm Energieflamme beizubringen. Es ist halt echt nervig so zu drücken. Ich hätte erst das Item auswählen sollen. Und dann immer auf die Attacke drücken. Wieder Nitroladung. Wie lange braucht man? Wie lange brauche ich noch? Nochmal Lade-TM. Nochmal Flammenwurf. Nochmal drauf. Runter drücken. Flammenwurf. Feuersturm. Wieder. Runter drücken. Magieflamme. Jetzt 60. Feuerwirbel, Lohr, Kanonade, Magieflamme. 60, 3 geteilt und 110, 2 geteilt. Ist das das beste Moveset? Man weiß es nicht genau. Schreibt es mal in die Kommentare. Das können wir ja am Montag bei Max Out Monday mal maxen. Und mache ich das gleiche vielleicht noch beim Shiny, was ich jetzt habe? Das werde ich mir noch überlegen. Das kann die Attacke ja eigentlich immer haben. Also brauche ich es jetzt eigentlich auch nicht. Wie war euer C-Day? Wart ihr draußen? Wart ihr unterwegs? Wie lange habt ihr gespielt? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Was habt ihr so ungefähr gefangen? Was war das Beste, was ihr gefangen habt? War was Gutes dabei? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und ich bin gespannt, was der nächste C-Day wird. Laut Data Mines und Gerüchten soll ja im Juni Milza kommen. Das ist aber nicht offiziell bestätigt. Was denkt ihr? Wird es Milza? Denkt ihr was anderes? Wäre das krass. Aber jetzt erst mal Fünks. Schreibt es rein. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.